Wo haben eigentlich die ersten Menschen gelebt? Woher kommen wir? Das sind Fragen, die in der Wissenschaft noch immer nicht richtig geklärt sind. In diesem Video möchte ich dir zwei verschiedene Hypothesen vorstellen, die mögliche Antworten auf diese Frage geben. Ich möchte dir zudem einen möglichen Stammbaum des Menschen und der Vormenschen zeigen, um Rückschlüsse auf unsere Vorfahren schließen zu können. Viele Wissenschaftler vertreten die Hypothese, dass die ersten Menschen der Art Homo Sabiens vor 200.000 Jahren in Afrika entstanden sind. 100.000 Jahre später breiteten sie sich von dort nach Europa, Asien, Ost... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7.000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com. So Mohammed und auch die Zensuren, ich kann nicht mehr, Aber hier ist ein Thema auf dem Weg, oder? Vielen Dank.